Wort des Tages Die Maus Eine Maus mit einem blauen Hut und einem Schwert. Die Maus kommt nicht aus dem Loch. Die Katze versucht, die Maus im Loch zu fangen. Die Maus ist aus dem Loch gekommen. Die Katze hat die Maus gefangen. Dieser Fuchs hat Hunger und versucht, eine Maus zu fangen. Die Eule wird die Maus fressen. Die Maus im Loch riecht den Käse. Die Maus riecht den Käse und beginnt, ihn zu fressen. Die Maus ist aus dem Loch zu fangen. Die Maus riecht den Käse und dann sch Conference zu fangen. Die Maus riecht den Käse in die Aveira missions Vielen Dank.